Hi meine Freunde der Sonne und Willkommen zum neuen Part von Let's Play Super Mario Maker 2 zusammen mit Zähn und David. Ich heiße Zähn, nicht Zähn. Zahn. Nein, Zähn. Okay, mit Zähn. Nicht Zähn. Zähn. Oh mein Gott, pränkt mich um. So, Zähn. Wir haben genug Münzen zum Bauen. Wir bauen jetzt. Man kann doch nichts bauen. Du meintest doch 200 Münzen. Man, er baut doch gerade da oben. Das sagt es doch. Er soll Stella bauen. Der ist unser Sklave. So, wir fangen an mit dem nächsten Level. Weiter, die Folge eine auszahlen und dann bekommen wir zu dem Part. So, let's go. Okay, er spielt. Er ist der Meister. Da ist ein Regenbogen. Das ist ja hier. Ähm. Wo? LBTQ Plus Frontend. Zack, 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 zack. Uff. Äh. Hashtag bisschen bies halt nie. Äh, so. Weck du hier. Ähm. Erledige den Typen. Genau. Einfach einmal aufladen und dann geht die Soße. Eine Soße geht auch. Gut, dass du mir gerade zugehört hast. Ansage Stimme. Und wenn die Soße ist. In dem ist das Level. Ist der Regenbogen hier. Und es ist jetzt levelig, hier. LJPT. Und es ist einfach auch. Ja, ist es nicht auf Eins. Ja, der Regenbogen sagt ja auch so mal, dass das ein Ace labilliert. Weißt du wieso? Regenbogen steht für... Ach, egal. Du, was denn? Du erklärst mir, Gamer-Coach. Es kam Bock, das jetzt zu erklären. Inwiefern hat das mich getroffen? Halt komplett so auf den Kopf. Soll ich mal einen Hammer holen, den ich auf den Kopf werfen? Nein. Weil dann, tu mir die Szene nachstylen, die da passiert ist. Das war aus Erklärung. Wieso hast du, Son, einen Hammer auf den Kopf geworfen? Ne, warte nicht hin, das wahre Nachspielen. Oh, okay. Es ist intelligent geworden. Vor allem das Geräusch, was diese Kanone macht, wenn sie auflädt. then nennen wir den rich, riche Wey. The good way Spast! So Hä? Hä? Du verregst! Du verregst! Batterieleistung ist nach Nicht gut Dann müsst ihr mit Circles spielen nachher Weil ich grad keinen Cardio aufladen Ah! So Wir hauen den Sun beim Spielen So läuft der Hase IQ gleich nicht vorhanden Ich bin dumm Ich hab ihn gefunden Du Ein Scherzenkirche auf die ganzen hohen IQ Näh! Doch! Näh! Doch! Nein! Mane! Haha! Ah! Halt! 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 Warte Halt! 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 Und jetzt ist es schnell. Oh mein Gott. Da kommt ein paar Flammen. Wer will die für jemanden aufs Snapchat adden? Aufs Snapchat. Ich schieße an den Flammen. Ich habe Snapchat nicht. So nicht. Aber wenn du mal die Flammen versägt. Und freut mich, ich bin mir von viele Snapchat-Flammen. Hat mir alles gezeigt. Welche? Letztendlich. Letztendlich kennen. Nächsten Freitag. Einfach penetrieren. Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Du nenn das. Hast du ganz korrekt gemacht. 1 zu 1 Applaus. Das rüppst du hier. Das rüppst du denn hier nicht? Schnell, schneller. Ist langer Block. Okay, du bist ein schneller Level, das musst du tun. Oh ja. Schneller. 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 Sagt ja was. Höh? Prüll mich nicht an. Uh, sieht den richtigen Upfuck wieder aus. Oh ja. Das liebe ich. es war jetzt so langweilig das geht da voll um das dachln drum d d die Kunst ist da während man spielt auch noch erst zu labern das ist der Sinn von mir das ist echt die Kunst also es hier mal eine Anekdote von zwischendurch ähm heute haben wir uns von den von den Referendaren und von den Lehren verabschiedet wir nennen keine Namen aus Datenschutzgründen das hast du gekümmert ja und ich habe mich auch von ihm verabschiedet ja da er leider nächstes Mal auf eine andere Schule geht ja ich habe ihm zwar geholfen im französisch dass er nicht durchfällt deswegen muss er nicht die Klasse wiederholen aber er wechselt trotzdem in die Schule einfach weil ich kann ne weil du es eben nicht kannst deswegen ist haha fuck das wird immer noch in einer Nähe sein jetzt muss ich holen also ne werde ich nicht also was natürlich sehr kritisch und ich habe gerade so viele Skills Aber ihr werdet trotzdem noch das Place mit ihm sehen, befürchte ich. Fürchte ich. Denn du wirst trotzdem immer noch immer wieder kommen. Muhahaha. Das ist wie dieses Ungesippertmann, wird es nicht los. Der war sauer. Dieser Spaß. Also. Was? Also. Ähm. Keiner mag Luigi. Ich mag Luigi. Ich mag Luigi. Keiner mag Luigi. Ich mag Luigi. Und. Also. Was hast du denn für eine schöne Geschichte uns jetzt zu erzählen? Am Freitag machst du eine Party, wo es alle besorfen. Schöne Geschichte, ne? Ich sag nichts. Er ist 17. Ich darf das. 17. Ich sag aber nicht mein Alter. 25. Minus 20. Minus 20? Okay. Ist dein geistiges Alter. Okay. Mein geistiges Alter. Schmich! Okay. Das war ich. Sein geistiges Alter. Jetzt bist du. Aufträge. Aufträge. Aufträge zu vergeben. Jetzt darf ich kommentieren. Auf die Dauer hilft ne Power. Ja. Das hier. Oh. Das ist unmöglich. Das ist zu schwer für ihn. Also das. Okay. Wenn ich das nicht One-Hit mach dann. Ex ist ne Reste meiner Spezi. Oh nein. Es gibt eh nicht mehr so viel da drin. Es wird mich jetzt n' davor. Das ist ja voll leicht. Wart mal ab ja. Das ist voll leicht. Das ist echt leicht. Das ist echt leicht. Das muss trotzdem mal ne. Ja. Also wie ich gehört hab. Ist Super Mario Galaxy dein erstes Let's Play gewesen auf diesem Kanal. Hast du falsch gehört. Nicht? 3D World. 3D World. Stimmt ja. 3D World. 3D World. Muss man hier alles wegbauen müssen. Also mein erstes Mario Spiel war Super Mario Bros auf der Nintendo DS. Super Mario und Galaxy. Auf der Nintendo DS. Damals war die Grafik sehr schlecht. Aber es hat damals schon sehr Spaß gemacht. Und damit habe ich gestartet die ganze Zeit. jedes einzelne Spiel von Super Mario zu spielen. Wer diese einzelne wirklich? Nicht alle. Hast du auch Super Mario Land von den Gameboy gespielt? Nein. Es gibt viel zu viele damit man alles spielt. Alter was wollen die hier von mir? Aber ich hab die Mehrheit gespielt. Oh ne. Ne oder? Nein. Das ist doch wohl. Geht gut dass der zurück geht. Und welches Mach ich findest du am besten auf das Switch? Da kommt nämlich bestimmt auch so rüber. Ne Super nicht. Okay. Super Mario Maker 2. Super Mario Maker 2. Super Mario Maker 2. Definitiv. Definitiv. Ich hab's dann. All diesen ganzen Bums aus den anderen Spielen. Und wenn es nicht Super Mario Maker 2 ist. Ich hab's dann. Ich hab's dann. Also wenn's nicht in der Auswahl wäre. Ich hab's dann. Ich hab's dann. Ich hab's dann. Hallo. Ja. Wir sagen wir mal bevor Super Mario Maker 2 raus gekommen ist. Da gab's doch nicht wie viele Auswahl. Der Ozi. Das gab's dann. was sie auf uns war ja natürlich nicht nur die für vor Ort ziehen was ist die ganze Geschichte drei Stunden ich habe nicht mehr es ist nicht zum Beispiel selber das ist nun mal zu spielen wirklich sind nur Geschichte ja auf die war geschichte nur folgen ich trotzdem länger gebraucht und 15 stunden nur für die hauptgeschichte als man auch nassheit ist das heute hier bis zum 3 stunden los also ich nicht mit römer hier mit ihr so läuft der hause da was soll ich das nicht meine spezielle exten sie ist ja wieder hier mit ersten versuch gesagt und dann haben wir sind für 90 Prozent fertig ja das kannst du auch mit mir jetzt kommt es kommt eine halloween raus wo es die nächste die party eine der nächsten partys machen wann haben sie das über twitter haben die es ja in halloween mach es wieder eine fette party vielleicht kannst du dieses Jahr kommen zu halloween ja meine app für mich fällt eh nicht halloween na dann komm zu mir machte party kann man sich mal so 3 1 4 sterne level das ist perfekt bist du dann herbstferien ja ist hause weißt du noch nicht so da ich bin immer an den herbstern zu und dann können wir da riecht die menschen dreidelsuchten haben wir uns wieder zu getter wenn ihr wollt lasst einen fetten like dann machen wir die menschen rein to getter und das wirst du geputzelt ouch ouch das ist einfach so ein kind was du noch längst in der pubertät ist ey wenn du diese geräusche machst genau ja war richtig ne so ich verstehe es ich verstehe es gamercoach ich verstehe es gamercoach ich verstehe das level oh geil was verstehst du denn da man muss die ganze Zeit springen achso ah ok ah die tun mir weh ah die tun mir weh ich sehe du verstehst das level ich sehe du verstehst das level naja das ist spasten level das ist das ist ein das ist ein auffällig was guckst du dir da an auf Instagram ich hab auch nicht mal Instagram ich weiß er hat nicht mehr Instagram das ist der Traumwerk weißt du was ne es ist nicht doch ist es warum sollte ich Instagram haben weil wieder Instagram hat ne ich nicht das ist ja das an der Sache ich hab's eben nicht weil du scheiße bist eine Scheiße bist, danke bitte immer doch, ne aber kann man überhaupt Regis zu Menschen 3-2-2-Spiel haben? NEIN ja, mach es auch doch, ähm pass mal mit diesen komischen Kackbewegungen da auf, wenn die aus der Republik gerade auf dem Zeithauspiel sitzen würdest ja, ähm aber ich hab geschaut es gibt einen Zwei-Spieler-Modus auf, auf, auf Super Mario Maker 2 NEIN doch, gibt es der wird nachgepatscht ah, weil es den noch nicht gibt gibt es die Nitte? aber sobald es den gibt, werden wir ins Spiel jaaa ich bin ein Baby hihihi trinkt, dass irgendwie voraus Eier legen kann das sieht wirklich aus wie so heiße, die da rausgepresst wird wie grün ist heiße, die aus der an was träumst du denn nächsten? ja, äh, blau, äh äh das müssen sie nicht wissen soo Zulack erzählt sie mir nicht nee du wirst wieder gebrutzelt hier will ich nicht Jumma? komm mit dieser Baby-Stämme auf sonst wach es dir einen Baby-Kopf im Stunt-Model wie bitte? das ist ein AIDS-Level ein AIDS-Level ein AIDS-Level ein AIDS-Level also ich hab das Level ich will nichts sagen, aber ich hab das Level davor äh, 1-3 geschafft, ne? man, das war ein 1-Stern-Level ja, das war nur ein Fehler das ist eigentlich auch nur 1-Stern-Level und das ist ein 4-Stern-Level ja so ja die Karma macht das ein 5-Stern-Level Karma macht das gute Level ja ja schwer ja, aber gut hintergedacht das würdest du gebrutzelt das ist alles ja nicht du 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 komm du wir Kritische Tiefseelage hier. Wir sind gerade im Weltall. Was ist denn? Oh. Hab ich vergessen. Überlebt bis im Ziel. Das war ja voll leicht. Das soll vier Sterne sein. Äh, ist pur, ne? Das ist ja voll leicht. Ja, vielleicht braucht es sechs Versuche dafür. 96%. Ich glaub, im nächsten Part bekommen wir alles fertig. Ja. Ihr seht, das nächste Level im nächsten Part. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, einen großen Like. Aber hier braucht der Tod Hilfe. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Das werdet ihr erst nächstes Mal sehen. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Einen großen Like. Abonniert euch. Er ist echt gut. Ein guter YouTuber. Abonniert euch. Was? Abonniert euch. Abonniert uns. Dann abonniert euch bei uns. Was ist mein Assustier? Geht auch auf unseren Discord. Und... auf Facebook. Und... Und natürlich auch auf Twitter und Instagram, ich kenne mich besser aus als du. Und auf YouTube, dann YouTube. Ich hoffe das Video hat euch gefallen, wir sehen uns bald. Ciao! Ich kann es besser machen als nicht. Bis zum nächsten Mal.